Und ich nehme meine M.P.C. Ich packe meine M.P.C. aus und fliehe mich hinter meinen Controller und dann kann das nur was werden. Ja, lass mal irgendwo in einem Raum campen, Axel. Einfach in den oberen Räumen. Ja, und mit diesen Worten starten wir die Aufnahme, indem wir einfach mal brainfartige Sachen besprechen, die in einem brainfartigen Spiel sind, die wir... Ja, heute mal Black Ops 2, Leute. Mit Chris, Lisa und Axel. Ich habe nämlich kein Black Ops mehr gespielt. Ja, ich erst. Ich habe ja letzter Zeit übelst viel Black Ops gespielt. Also das ist übelst viel. Bisschen viel. Bisschen gespielt? Zeigt, was ihr wert seid. Naja, jetzt spiele ich halt dieses Spiel, womit ich mich fühle, als würde ich, ja, Counter-Strike betrügen, weil dieses Spiel einfach nichts kann. Black Ops 2 kann einfach gar nichts. Ja, aber Counter-Strike ist jetzt auch nicht in allen Ecken wirklich abgerundet. Ich habe mal so ein Free-to-Play-Wochenende, habe ich das halt mal gespielt. Scheiße. Aber ich finde... Counter-Strike ist übelst anspruchsvoll. Ja, das glaube ich dir. Aber Battlefield ist das auch? Ja, Battlefield ist... Naja, ja klar, das hat auch seine taktischen Dingens. Ich mag Battlefield. Und ich finde, ich vermisse... Ich habe nicht abgedreht, ja. Weißt du? Ja, man kann snipen, aber man kann halt nicht... Wobei man das jetzt auch wieder Call of Duty zuschreiben kann. Und weil... weil da kann man die Waffe ja auch immer anlegen und so weiter. Und man sollte Spiele allgemeinlich mit Call of Duty vergleichen. Nein. Bitte, nicht. Wo? Wie gering sind die? Wow. Hm. Kommt die Leiter nicht hoch? Wir müssen die Steuerung und wir müssen ihr Kampf. Verdammt! Nein! Verdammt! Verdammt! Gott! Ich kann in diesem Spiel einfach nichts. Ich darf heute noch nicht wieder auf den Knopf auf meiner Maul kommen. Hey Chris, was stehst du hier so rum, Bro? So ein bisschen bei der Steuerung rumgefummelt. What the fuck? Stimmt, ich habe ja Esmin. Kann ich ja alle legen. Mwahaha! Esmin! Yay! Die Mongolen mit ihrer FHL. Ich spiele ein bisschen im Pro MP7. Oh Gott! Nein! Was? Oh Lisa, das war echt sexy. Feindliche Drohne nähert sich. Ja. Ich fühl mich auch momentan recht. Och man, jetzt wurde ich jetzt ständig im Gegner spawnen. Egal. Oh mein Gott. Wir haben den Vorteil verloren. Wie ne tolle Map ist das. Doch los Lisa. You mad? Mad, Bro? I am mad, Bro? Stop! Oh! Oh mein Gott. Ich bin so scheiße in diesem Game Mama. So richtig scheiße. Oh mein Aim. Ja, Chris, ich habe dich mal gerettet, ne? Habe ich eigentlich immer so einen hohen Ping bei diesem Spiel? Warum? I don't know. Erschreck mich doch. Alter Axel. Ach, schieß mich doch bitte, ja? Wäre das hier echt, da hättest du mich jetzt getötet. Ach. Hey, aber dafür, dafür, dass ich... Da kommt jemand! Das ist mal so schlecht, Alter. Scheiße. Ja, ich bin Gegner, ich sterbe nicht durch meine S-Mine. Wozu hat man denn das Teil, wenn der Gegner nicht dadurch sterben soll? Warum habe ich einen 100-Dumping bei diesem Kackspiel? Stop! Nein! Keine Ahnung, lass uns eins gegen eins machen. Die Gegner immer ein Vorteil ist. Jetzt! Oh, Lisa! Kugelsichere Weste, Alter. Ist doch kacke. Lisa hat ein 283er Ping, aber Lisa läuft noch mehr. Wow, wow, also... Ja, Lisa, deswegen bist du auch... Du hast keine Chance im Einstieg. Oh mein Gott, ich bin so schlecht in diesem Spiel! Ja, bei mir läuft... Mit dem Stroller! Ja! Ja! So schlecht feindliche Drohne nähert sich! Alter! Chris, mach dich doch gut hier! Hä? Hey! Was ist denn das Typ, wo die Waffe ist? Ja! Wow! Bin ich gut! Ey Leute, ihr werdet mir gar nicht glauben, wie gut ich eigentlich bin, ja. Also meine KD zählt da ja überhaupt nicht, ja? Es zählt einfach der Skill, der Swag-Modus. Äh, der Swag-Modus. Deine Mutter. Ja, ich rede jetzt ein bisschen mit dem S12 rum. Komm, drauf geschissen! Scheiß Knife-Runner! Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt! Oh, ich höre einen Darth Vader! Ja! Swiggedy-swoody! Oh, wo ist denn jemand zu machen? Mir ist nie eigentlich aufgefallen, dass die Pistolen relativ stark sind bei Black Ops. Die Tuck. Sie ist gebalanced. Bewegliches Ziel mit Waffe! Wenn du es sagst, du weißt ja, was gebalancede Waffen angeht. Durch Album von dem Spiel. Ja, ja. Hä, ich bin voll gut, ich hab'n 611. Ich hätte gedacht, dass es schlimmer ausgeht. Tod-Bringer! Verbündeter Tod-Bringer läuft warm! Dann beweg dich! Lisa, du lagst ja auch. Wow, ja, ja, genau. Genau, ich bin durch meine eigene S12. Ich kenne ganz. Du hast'n 236er Ping, Lisa. Also wenn du lagst, dann war alles in Ordnung. Ja, du lagst bloß bei TeamSpeak ein bisschen. Aber sie hat auch so ein liebes Holzding. Oh, das ist ein Schraubsding. Das ist doch alles geschehen. Lisa, du siehst das auch bei Black Ops, das ist doch so ein Problem. Ja, und? Na ja. Im 1 gegen 1. Ist das scheiße. Ah, blockier mich nicht! Ich bin bei der Wand nicht mitgekommen. Oh mein Gott. Also, all hail Limoneneis. Oh, Alter, was ist denn jetzt die Tarnung, Mann? Was ist denn los, ey? Was ist das für ne Tarnung, Alter? Die sieht ja mal geil. Was ist denn? Was ist denn der Scheiße, ey? Die sieht mal geil aus. Oh, Schlangenhaut. Der... Oh mein Gott, ging das perrasch. So. Oh, Nuketown. Oh, ne gemaxter Elsat. Soll ich das mal Prestige machen? Na komm. Wer kann, der kann. Ah, ich brauche ne andere Waffe. Ich nehm jetzt mal nen MGE. Wie er denn soll? An Waffen? Warte, warte mal. Ja doch, können wir eigentlich mit reinnehmen. Nimm doch dich mit rein, dann passt das. Ich hab Bock auf Friedensstifter. Unnötig. Ne, das müssen wir aus. Na doch, dann können wir das eigentlich mit reinnehmen, wenn wir das mit drin haben. Stopp. Fliedel, wollt ihr denn alle in Newtown spielen? Was ist denn los mit euch? Newtown ist doch voll cool. Warte, Bill. Newtown ist doch voll cool. Jaja. Newtown ist doch voll cool. Was ist Newtown? Voll cool? Ja, äh, na voll cool. Das ist doch Newtown, oder? Ja, ja, das ist Nuketown. Das ist aber, das ist wirklich voll cool. Was war Nuketown jetzt nochmal? Voll cool. Achso, ja stimmt. Genau, genau. Verliebt. Geht's. So, nehmen wir mal meine neue Klasse. Die ist bestimmt richtig scheiße. Aber, hey. Aber, 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 hey. Wie kann denn da jetzt bitte schon einer tot sein? Ich werde, ich werde jetzt einfach hier campen. Und hoffen, dass ich viel gute Bilanz kriege. Good job. Ich bin ja auch LSAT und diese Waffe ist wirklich mit Camper konzipiert. Und wie läuft's, ja stimmt, wie läuft's eigentlich mit Controller? Äh, hast du ja gerade gesehen, 22-7. Ja, stimmt. Aber, wenn du campst, dann musst du ja auch nicht so viel sich drehen und so weiter. Stimmt. Mann, warum geht denn die ganze Action ohne dich ab? Ich will ja mal welche in dem Haus haben, damit ich rumcampen kann. Er ist erledigt. Oh, 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 kommt da gleich einer? Friedensschrift ist... Mann. Eigentlich ist der Friedensschrift da echt cool. Ich kann nix sehen, da ist irgend so ein Mongo vor mir rumgedänzelt. Mann. Toll, da ist ein Arm von einer Puppe. Meine Fresse, jetzt muss ich ja aufstehen, um Kills zu kriegen. Das ist doch ätzend. Ey, wie gut ich noch am taktischen Warten bin, ey. Ist ja unglaublich. Ja, oder? Ich bin so taktisch. Ich bin so taktisch, dass ich jetzt ne Drohne habe. Wow. Das passiert, wenn ich mich von meinem Camping-Point wegbewehe, ja? Ich sterbe. So einfach ist das. Ey, Lepp. Mach ich ihn jetzt. Da haben wir ja Munition. Mano. Rappel dich wieder auf. Ich muss echt mal mit dem Plünderer spielen. Ja, ich hab nen Kill, Bitches. Das könnt ihr einfach... Oh, ey, Axel, ich hörte mich mal zu dir legen, ne? Ja, mach das. Ich hab ne Drohne, da bin ich schon zufrieden. Er ist fertig. Dann könnt ihr es sehen. Oh, Tappi, ich hab auch kurz angefangen. Let's get ready. Also irgendwas sagt mir, wenn hier ne Sentax hinkommt, dass der Typ mindestens einen Double-Kill bekommt. Let's build a test. amino'. Okay. Ich hörter, ich Nancy. Jetzt bin intermediatiert. Wir進 non-ooo ist jetztmind. Oh, ja. Ich glaube durch. Ich bin unglaublich mitten fertig. Er hat die K certification. Äh, ich möchte alles mitbringen. Äh, hey. Kommst du öfters her? Ich komm hier nicht weiter! Oh, äh, Axel, ist irgendwas? Ach, scheiße. Oh mein Gott! Oh, ich bin richtig cool. Äh, richtig cool, weil ich gerade so richtig gut bin ich. Ich fragte, wie viel Leben hatte der Spasti noch, ey. Ja, Alter, der ganze Screen war schon gut, ey. Oh, Double Kill. Oh, da wurde ich abgeknallt, ne. Immer diese Camper, ey. Geht gar nicht. Ja, ohne Spaß. Sie haben nichts drauf, außer Camping. Warum hatte ich eigentlich bei der MG jetzt schon nach? Das ist irgendwie hirnlos. Egal. Wiggity-swoody. Hallo, Axel! Wayne Train fährt auf den... Auf die Beine! ...zimmer, Axel. Ich hab's gesehen, da waren sogar zwei in meinem Zimmer. Für einen hab ich einen Assist bekommen, aber für anderen... Der hat mich killed. Was? Was? Scheiße, die waren dann. Ach, Mann. Abgeschossen! ...zimmer! ...zimmer! Äh, war was? Ich hab jetzt nicht mit Vollfeuer die ganze Zeit auf die selbe Stelle geschossen. Nein. Quatsch. Ja, es gibt da die Pro-Taktik. Ja, echt mal. Actually, we can win this. Oh, wow, jetzt. Boah, kann ich treffen, ey. Ich bin so richtig gut. Ey, wie kann es sein, dass wir drei Kills hinten sind, ja? Wir sind richtig gut und wir verlieren. Wir spielen dieses Spiel hier richtig und dafür verlieren wir, ey. Ist doch zum Kotzen. Ja, ja. Oh, wir sind nicht am Verlieren. Oh, mein Gott. Bis wieviel geht's? Bis 75, oder? Ich bleib einfach hier in der Ecke stehen, so ist die Wahrscheinlichkeit nördlich viel gleich. Oh, mein Gott, in dem LKW in der Mitte. Yeah. Nice. Good job, Chris. Good job. Oh, 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 oh! Jetzt Pro-Taktik. Tang, 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 tang. Das ist hau. Easy. Alter, ich bin voll gut. Ich habe 9,8. Ich bin positiv. Was ist da los? Was ist da los? Stah los? Stahlin? Ich wollte gerade sagen, Stahlin. Nö, lass mal Zufall machen. Wo ist ein Plünderer? Geht das dann überhaupt? Irgendwie brauche ich den Scheiß nicht Wenn wir alle die... Die Studio geht nicht Das ist sinnvoll Map-Packs, ich würde auch gerne Studio spielen Studio ist cool War schon im ersten Black Ops cool, die Map Wie hießen die da? Keine Ahnung Kann man einem Dino-Guttag sagen Ah ja Ja Mhm Mhm Naja das war's doch nicht Wie irgendwie ne Tarnung für den? Und noch Vollmantel So, sehr schön Ah meine Klassen sind so übel Leute, warum spielen wir jetzt nochmal in Newtown? Weiß ich nicht, weil wir alle für Rendon gewartet haben Nein Wirklich? Nein Okay, let's camp Los, los Oh, ist die Tarnung hell Let's schmatz, yeah Echt so laut, fuck man Jaja Naja, du kannst ja auch den Darth Vader machen, ohne dass du es smackst Also, denke ich wird das auch möglich sein Genau Sollte ich mich selbst nicht unterschätzen Sollte ich mich selbst nicht unterschätzen Man Läuft gerade nicht bei mir Dann mach das nicht neu Er ist erledigt Ja, Abführmitte, Axel Ja, Abführmitte helfen So Kaputt Ich bin erstmal 0-2 Alles easy Na hoppala Wir haben den Kontrollen übernommen Na Chris, chillst du auch? Nennen wir es, nennen wir es mal chillen Oh, da war einer Hab's genau, da, 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 da war er Okay, er ist tot Da ist einer Da ist einer Swiggedy Swoody Da ist einer in dem LKW in der Mitte Jawohl, Sir Loll, aaaaah Geblendet Maaah, Rambo Scheiße 0-3 Easy Au, da war einer hinter mir Das ist ja mal voll gemein Oh, oben im Haus, ey Miauu Ich muss ein bisschen mit C4 rumschmeißen Irgendwer noch passt Die spawnen jetzt hinter mir, oder? Nö Was spawnen die jetzt? Ach da Hä, wo sind die jetzt hin? Abgeschossen Hm, erstmal nachladen Hä, irgendwie gewinnen wir gerade Ja Bis spawnen die jetzt? Chris Hinten Was? Ich bin da oben, die ganze Zeit in dem Haus Hinten Hinten Loll Und wo kann die denn? Scheiße Okay Loll, mein Spiel ist abgestürzt Oh, ich liebe es Awww Schade Das Spiel nicht mehr gespielt Wie genau gespielt ist Bullshit Drecksgame Hup Ich hab die Tarno freigeschaltet Oh, Lisa Lisa, du müsstest vielleicht mal dein TS neu starten Dann würdest du vielleicht helfen Relax, ganz schön Ganz schön Buddy Buddy Disconnected From your channel Oh shit Hallo Buddy Wahrscheinlich ist es daran, dass ich mein Handy am Computer habe Ja, kannst du es dann vielleicht einfach mal abnehmen? Ich will das Lied gerade Hm, das ist ja ärgerlich Hantakiller Drohne eingesetzt Ha Leergeschossen Ah Nachladen, nachladen Bewegung Oh shit Verbündete Drohne nähert sich Oh, was wirklich? Ach, scheiße Bewegung Mhm Muah Dieser RIS-Klexus Der weiß immer ganz genau, wo ich hocke Hey, well, aber es weiß nicht Aber es ist ja auch richtig Oh, hast du gehört? Da wird es nicht Oh, hallo? Äh Ja, Lisa, das war jetzt vielleicht nicht so schlau An einem tiefen Sniper, äh Camperpoint Von mir So Die Camelpoints sind sehr beliebt Auch unter den Jüngeren Hm, ich hoffe mal, dass das Nachladen nicht ganz so lange dauert Yay! Oh, warum kommt der denn her? Wo hat der mich denn gesehen? Ja! Aua, 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 aua Oh ne, ich krieg auch nicht so viel Die Drohne steht bereit Wow, ich hab ne Drohne Verbündete Drohne nähert sich Nein, nein Achtung, feindliche Drohne nähert sich Hinter uns Äh, hinter dir vielleicht, aber nicht hinter mir Ja Ja, na Hat immer ne Semtex geworfen, Pro Hat immer ne Semtex geworfen, Pro Der Fahr eliminiert Ja, auf die Weile Vernichterts ihr alle Ja Counter-Strike Global Offense für 14 Euro Die Drohne nähert sich Aua, scheiße Wollte ich eigentlich die Doppel haben, aber Die feindliche Drohne nähert sich Boah, wie sie alle in dem Haus drin hocken Ja Oh mein Gott Ich glaube ich werde das Haus einfach bekämpfen Oh, noch 3 Punkte Kommen die zwar noch den letzten Kill Ok Ja Leute, wir müssen jetzt schnell die Aufnahme unterbrechen, weil ich Besuch kriege Also bis dann, haut rein Vielen Dank.